Die Hüte! Kannst du nicht mal ankloppen? Gut gemacht, Sanchez! Wer ist das, ein Cop? Ein Privatschnüffler oder so? Verdammte Scheiße! Was soll der Mist? Es ist kein Privatschnüffler! Das ist ein verdammter Geist, ein Mythos, ein beschissener Hitman! Hitman? Meine Scheiße! Wovon sprichst du denn überhaupt? Das verändert jetzt alles, das ist, das verändert alles! Und was machen wir jetzt mit ihm? Klop, 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 housekeeping! Mist! Was machst du jetzt? Ich identifisiere! Wann ist dir das, Pepita? Hallo! Ja, wir haben ein Problem! Kommen Sie rein und machen es sauber! Ja! Ja, das wär toll! Jetzt gleich? Ja, kommen Sie mal rein, Schätzchen! Oh mein Gott, der ist... Du bist total abartig! Na, wenn das kein sauberer Schnitt war! Wissen Sie, nichts wäre mir im Moment lieber, als sie gleich hier umzulegen! Muss ich der Mörder des großen Hitman sein? Nein, diese Art von Aufmerksamkeit brauche ich nicht! Also... Hören Sie zu! Glauben Sie mir, Sie haben etwas ganz Schlimmes getan! Hihi! Aber jetzt wird man nicht mehr nach einem Killer suchen, habe ich recht? Killer?! Hahaha! Hahaha! Jaaaa! Ich sag's Ihnen, eigentlich kenn ich sowas nicht, aber heute ist ein besonderer Tag! Wir saufen wir uns. Hier, trink die Schluck. Nein. Andererseits. Ist das schlecht für die Leber? Plätscher, plätscher. Würdest du das bitte lassen? Das ist ein idiotischer Plan. Adios. Dampfau. und hat ein und ein Leben Juhu, ich hab ein Messer! Kann ich noch was sein? Natürlich nicht. Na komm, geh durch. Geh hier durch und verbrenne ich mich. Ah! Okay, das kam unerwartet. Hey, Sie da oben! Bleib Sie ruhig! Das soll wohl ein Pic sein! Da! Bleib Sie ruhig! Wir müssen mit Ihnen über die Frau im Wohnfestzimmer reden! Das war ich nicht. Ich sag's, die Deutschen! Wir müssen mit Ihnen über die Frau im Wohnfestzimmer reden! Was da? Ja, das versuche ich! Ich versuche eigentlich nicht zu fließen, ich versuche zu überleben! Geben, sagst du Meier Bescheid, damit seine Jungs die Rückseite abriegeln! Ja! Ja, Sir! Verstanden! Mach doch gar nichts! Weißt du gar nicht! Alter, ich will mein Messer zurück! Ich weiß, dass mir... Alter! Ich weiß, dass mir Leiche in der Nähe ist! Nein! Nein! Hat er erst so nicht mein Klappmesser! 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 Was mal was? Alter, hör auf mir an! Jetzt geht's nicht runter! Ah, nur hier!" Ok, jetzt gerade haben wir kein freie Bahn. Auch wenn ich freie Bahn normalerweise, die ich hier nenne würde, Tür einkriegt. Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Weeeeee! Alles klar hier. Welcome back, bitches. Okay. Lass mich erstmal in Ruhe laden. Also, wir gehen mal nach da. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal eine Schusswaffe. Hier gibt's mehrere Punkte. Warte. Altes Gebäude. Ja. Okay. Aber jetzt wollte ich eigentlich mal nach den möglichen... Da hinten zum Beispiel ist noch eine Möglichkeit. Dann hab ich noch mein Messer, dann rüsste ich mal grad mein Messer aus. Kann ich eigentlich... Ja, kann ich. Okay, gut. Verstecken wir uns mal hier hinter. Können wir denn nach hier laufen? Ah! Nach da laufen. Mach ich. Ja. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Nein. Okay, ich bin äußerst... Oh, hier kann ich betreten. Okay. Der Mail läuft ja eher wieder zurück. Oder bin ich grad wieder? Oh! Oh! Er hat sich ja super gelohnt. Okay. Ich will ihn nicht unbedingt töten. Grüß Gott. Also dann, ich geh mal ganz ruhig weiter. Wir treten. Achso. Ähm... Was passiert denn, wenn wir jetzt mal hier hochgehen? Ich muss ihn überhaupt hin. Ach, da hinten. Zur Treppe. Soll ich den denn hin tun? Gibt's hier irgendeine Möglichkeit zum verstecken? Ach, da hinten. Der steht mir immer... Da steht mir immer noch nicht, denn er weg. Der steht mir immer noch nicht. Wer kommt? Was ist hier los? Gar nichts. Zentrale? Hier hat es ein Blutbad gegeben. Nichts Zentrale. Na komm. Alter, vielleicht noch ein... So. So. Jetzt können sich zwei Kollegen endlich mal wieder treffen. Dann kann ich doch sicher an die Kante, oder? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann komm, hier werden wir doch eben grad Deckung überwinden. Ah, ich muss die Treppe da hoch. Darf ich auch hier hoch? Oh, dann kann ich bleiben bei meinem Messer. Anscheinend schon. Jetzt muss ich dann durch die... Ach, was? Weißt du was? Ich hab doch noch was rausgelegt. Ja, den kennst du diesen Typ. Okay, jetzt muss ich ein paar Mal um dieses Scheiß-Rodell laufen. So gut ist niemand. Nein. So gut ist wirklich niemand. Nein, weil da unten niemand ist. Äh, das würde dann unsere Punkte verschlechtern. Und... Aber eigentlich wär's cool, so zum Abschluss... Das schafft niemand. Ja! Ich glaub, ich hab jetzt schon 10.000 Mal A gesagt. Äh, wenn ich mal kurz was sagen darf. Die Musik ist grad zu laut. Ich muss das ganz selbst machen. Äh, ja. Danke fürs Zugucken und... Den Rest machen wir nächstes Mal. Tschüss! Also, tschüss! Ja, ich will zum Hauptmenü wechseln. Danke. Tschüss! Grüß dich. Äh, ja, active. Grüß dich. Ich-sß-sass-s elev. Aber, dass du hier ist und ich noding läuft.